Das nächste Gerät, was ich jetzt zeigen möchte, ist der Fendt 209. Der kostet so 62.500 Euro und hat 90 PS. Kommt mir eigentlich wenig vor für einen Traktor, aber ich kenne mich ja da nicht so gut aus. Auf jeden Fall kaufe ich den. Wo steht er denn? Da. Und was ich schön finde, ist, dass er hier gleich winterlicher Design hat. Also wurde nicht gleich eins zu eins vom Landwirtschaftssimulator übernommen, sondern wurde wirklich hier für den Skiregionssimulator angepasst. Wobei, die Reifen sind seitenverkehrt, wie es aussieht. Wie sieht es denn hier aus? Na gut, aber da will ich mich nicht beschweren. Dann steige ich mal ein. Der hat ja einen coolen Sort. Licht. Hupe. Hat er keine. Post 1 auch nicht. Ja, ja, komm. Ich bin Traktor, ich hab Vorfahrt. Mann, ist der nervig. Der sieht doch, dass ich hier rumfahre. Ach, der Sound ist irgendwie süß. Gefällt mir. Machen wir das hier weg hier. Na gut, scheint ja nicht viel mehr zu sagen. Ist klein und süß, gefällt mir auch. Gehen wir mal zum nächsten. So, als nächstes möchte ich den Fendt GTA 380 vorstellen. Der ist auch relativ günstig noch mit 35.000. Wo haben wir den? Da steht er auch. Oh, der ist... Beim Händler. Ja, da war ich doch. Bin ich doch. Was zeigt er mir das jetzt an? Auch hier gefällt mir das Orange. Ist nicht so schön wie das andere, aber... Gefällt mir trotzdem noch besser als das Grüne. Hier auch Schneeketten. Aber kein Schnee praktisch. Aber ich hab den ja auch frisch vom Händler geholt. Da wird er ja auch nicht verdreckt sein. Steigen wir mal ein. Ja, der geht mit dem Sound ein bisschen. Das ist nicht so, wie soll man sagen. Hört sich schon traktorähnlicher an. Wobei er ja auch noch was Kindliches hat. Wenn ich das mal so bei den Fahrzeugen sagen kann. So. Was haben wir denn? Licht. Oh, das ist ja cool. Da kann man steigern. Fernlicht. Cool finde ich das auch mit den Nummernschildern. Kommt er aus Schleswig-Holstein. Kann das vom Wappen her hinkommen? Vom Bundesland? Bin mir da nicht ganz sicher. Hat er eine Hupe? Nein, hat er nicht. Taste Space. Was ist IC? Stufe 2. Stufe 3. Ja, geh mal weg. Ah. Ja, ja, ist ja gut. Ist ja gut. Mein Fehler. Komm, du bist ein Traktor, du wirst du hier drüber kommen. So, jetzt aber ganz kurz. Warum kann ich nicht mit der Maus? Space. Ah. Das IC bedeutet, dass die Kamera feststeht. Sobald ich die Leertaste drücke, kann ich mit der Maus nicht mehr die Kamera steuern. Eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen, ja, das sind die Geschwindigkeitsstufen. Das sieht man unten rechts, dass man die Geschwindigkeit entsprechend einstellen kann. Okay, chaotisch wie immer bei mir. Aber ich versuche alles mit der ersten Aufnahme schon zu machen, damit man sieht, wie es läuft und ihr euren Spaß dabei habt und wir springen zu dem nächsten Mod.